Das Redmi Pad ist ein klasse Tablet, das fast alles richtig macht. Obwohl es nur 300 Euro kostet, bietet es ein 90Hz Display, verspricht zwei große Android-Updates, die Leistung ist gut und ihr könnt bis zu 6 GB RAM wählen. Während meines Tests bin ich jedoch auf einen großen Schwachpunkt gestoßen. Darauf starten wir erst mit einem Highlight, dem Display. Es ist 10,61 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixel. Das ist nichts besonderes. Viele Tablets haben ein 10 Zoll Pendel mit dieser Auflösung, die gerade so scharf genug ist. Besonders ist aber, dass dies ein 90Hz Bildschirm ist. Sogar das iPad Air unterstützt nur 60Hz. Durch die 90Hz schauen Animationen flüssiger aus und auch einige Spiele können das ausnutzen. In den Einstellungen könnt ihr auf 60Hz wechseln, um etwas Akku zu sparen oder aber eine Variable Frequenz einstellen, dann entscheidet das Tablet, was gerade benötigt wird. Lest ihr ein E-Book, dann braucht ihr ja keine 90Hz. Zwar ist das Display mit 400 Nits etwas dunkler als das iPad 9, doch ist es ein klein wenig heller als das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Beides sind direkte Konkurrenten. Die vier Lautsprecher wären schön laut. Im direkten Vergleich ist der Bass beim Galaxy Tab S6 Lite aber stärker. Trotzdem, für YouTube und Netflix ist der Ton gut. Und Netflix könnt ihr in HD schauen, das Tablet hat nämlich einen weiteren Level von L1 und das geht nicht mit allen Xiaomi Tablets. Ein weiteres Highlight sind Updates. Es soll zwei Android Updates und drei Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Somit dürfte es ähnlich lange aktuell sein wie vergleichbare Samsung Tablets und länger als die Geräte anderer Hersteller. Auf dem Redmi Pad läuft Android 12 und es hat all die typischen Android Funktion. Naja, bis auf eine, aber dazu gleich mehr. Auf Android 12 sitzt die MIUI 13. Das ist die eigene Oberfläche von Xiaomi. Das Interface passt Android ziemlich stark an und einiges schaut etwas wie von iPadOS kopiert aus. Die Taskbar von Android 12 fehlt zwar, aber dafür bekommen wir ein Dock aus dem Hause Xiaomi. Im Redmi Pad sitzt ein MediaTek Helio G99 Chipset und ihr könnt 3 GB, 4 GB oder 6 GB RAM bekommen. Der Speicher ist 64 GB oder 128 GB groß. Ich habe die günstigste Version. Im Geekbench 5 Benchmark ist es deutlich stärker als Einsteigergeräte wie das Realme Pad und Nokia T20. Die Grafikleistung ist auch besser als beim Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Stärker sind das Xiaomi Pad 5, iPad 9 und 10 und genauso sehen die Ergebnisse auch im 3D Mark Wildlife Test aus, der die Grafikleistung testet. Wenn ihr mit mittlerer Grafik zufrieden seid, ist das Redmi Pad ein gutes Spiele-Tablet. PUBG Mobile läuft wunderbar mit HD-Grafik. Fortnite wird leider nicht unterstützt. Dafür läuft Asphalt 9. Hier schaut die Grafik okay aus, doch ruckelt es recht stark. Geht mit den Grafikeinstellungen besser etwas runter. Für Alto Odyssey gilt das nicht. Dieses Spiel läuft wunderbar, sehr flüssig und schaut klasse aus. Und jetzt kommen wir zur großen Schwachstelle des Redmi Pad. Einzelne Apps wie Chrome, YouTube, Office und sogar Adobe Lightroom laufen gut. Multitasking ist jedoch nicht drin. Tatsächlich kann man bei der Version mit 3 GB RAM noch nicht einmal zwei Apps nebeneinander öffnen. Richtig, Xiaomi hat den Mehrfenster-Modus bei dieser Variante entfernt. Schade, denn bisschen Multitasking schaffen sogar schwache Tablets. Chrome und Office sollte möglich sein. Aber Xiaomi möchte wohl, dass ihr etwas mehr Geld investiert und die 4 GB RAM Version holt. Dort geht das. Ist euch Multitasking wichtig, solltet ihr das auch tun. Ich habe YouTube Premium und wenn ich in Chrome surfe, funktioniert die Bild-in-Bild-Funktion gut. Anders sieht es aus, wenn ich Lightroom starte und YouTube im Hintergrund läuft. Früher oder später stört YouTube im Hintergrund ab oder wird geschlossen. Ich denke, zu wenig Arbeitsspeicher. Alles richtig macht Xiaomi beim Design. Es hat ein Metallgehäuse mit einem rechteckigen Kameramodul als Akzent. Es fühlt sich hochwertig gebaut an, nur der Übergang zum Display könnte besser sein. Es ist 7,05 mm dünn und wiegt 445 Gramm. Das Tablet hat einen USB-C 2.0-Port und einen Micro-SD-Karten-Slot, doch keinen Kopfhöreranschluss und keinen Fingerprogleser. Entsperren könnt ihr es dafür per Gesichtserkennung, aber Achtung, selbst Xiaomi warnt hier, dass das nicht so sicher ist. Ein Tastaturcover oder Stift gibt es übrigens nicht. Ja, das Kameramodul auf der Rückseite schaut ziemlich vielversprechend aus, doch ist die Qualität nur ausreichend. Es ist eine 8 Megapixel-Kamera und dementsprechend sind Fotos nicht sehr detailliert, schauen bei gutem Licht aber solide aus. Und genau das gilt für die ebenfalls 8 Megapixel-Frontkamera. Die Akkulaufzeit ist mit zehn Stunden erstaunlich lang. Ihr könntet also problemlos einen Arbeitstag lang YouTube schauen und habt noch zwei Stunden für den Feierabend übrig. Für diesen Akkutest läuft immer ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife. Also, ist das Redmi Pad ein Tablet für euch? Klasse finde ich, dass wir für 300 Euro ein 90-Hertz-Display bekommen, das hell ist und schick ausschaut. Die Lautsprecher sind solide und die Akkulaufzeit ist besonders lang und deswegen eignet es sich als ein gutes Entertainment-Tablet. Richtig cool ist außerdem, dass Xiaomi uns zwei große Android-Updates verspricht. Die Leistung ist für diese Preisklasse gut und somit ist es auch ein solides Spiele-Tablet der unteren Mittelklasse. Insgesamt ist es ein empfehlenswertes Tablet, sofern euch zwei Punkte nicht stören. Ziemlich schade finde ich, dass der Mehr-Fenster-Modus nicht funktioniert. Näher zumindest bei der 3 GB RAM-Version. Und schade ist auch, dass das Redmi Pad keinen aktiven Stift unterstützt. Beides kann aber das Samsung Galaxy Tab S6 Lite, das ich hier bereits ebenfalls getestet habe. Es ist ein direkter Konkurrent und die spannendste Alternative. Dort bekommen wir lange Updates, den S-Pen und sogar den Samsung DeX Desktop-Modus. S-Pen. Vielen Dank.